Ja, okay, jetzt läuft die Aufnahme, äh, echt mal. Okay, wir sagen Hi. Hi. Wir alle sagen Hi. Also, wir spielen jetzt die, wie heißt das Spiel nochmal, ich glaube, ich kann nicht mehr lesen. Cube World. Ah, au, äh, Cube World und dann irgendwie so was Griechisches noch. Ja, okay, und das Spiel ich und der, der Brot alias Strohballen alias sonst was. Batman. Unser Decknamen Master im Aufnahme-Dschungel von YouTube. Ja, okay, drücken wir mal Start Game. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert, aber ich... Mit kurzen Haaren. Oh, geil, das hat erstmal die Aufnahme abgekackt. Create, so. Äh, kannst du entscheiden. Ich weiß hier mal einen kleinen... Oh, ich weiß aber nicht. ...Kerle. Ich nehme natürlich... ...Mail erstmal. Äh, was nehme ich? Ranger. Mage. Was ist... Mage, du musst mich... Was ist... Rogue. Rogue. Ach, scheiße, ich weiß nicht, was besser aussieht. Keine Ahnung, ich nehme, glaube ich... Warrior nimmst du? Du nimmst Warrior, oder? Du nimmst Warrior. Ja, genau. Gut, ich nehme dann... Ach, scheiße, was ist das? Naja, wir machen so Harry Potter Style, okay? Wir machen Harry Potter Style, verarschen Harry Potter. Oh, erstmal hier, schön. Das nehmen wir. Wir wollen ja hier... Ja. Ah, ich glaube mit langen Haaren sieht es besser aus. Du rot. Wir wollen so knackig brauner Charakter haben, würde ich sagen. Ja, schön knackig braun. So, ich gehe dann gleich mit deinen Welch. So. Äh, was nehmen wir für einen Style? Ich kriege was Cooles. Oh, das sieht doch cool aus. Nein. Soll ich sein. Oh, der hat ganz schön viele Gesichter, muss ich sagen. Der sieht grandelbartig aus, so. Noch Gandalf? Ach komm, wir machen Gandalf. Gundolf, ähm, Mage. Ja. Nö, der andere sagt cool aus. Mach Gandalf's knackigen Verwandten. Äh, wie denn wir ihn? Ja, ist ja eigentlich logisch. Er ist already a character. Oh, nein. Dann nicht in McRath LP, so. So, Connect to Server, das muss ich schnell ausblenden. Oh, bei mir hängt es gerade. Das wollt ihr ja alle nicht wissen. Okay, da sind wir wieder. Erstmal Game abgekackt. Und es ist tiefste Nacht. Hier mit meinem Gandalf. Ich bin noch nicht drin, ich komm noch. Also, wir wissen schon ein bisschen von dem ganzen Spiel. Aber nicht allzu viel. Sind hier, wo... Oh, ich hab dich gerade im Boden gesehen. Kann das sein? Wow. Ja, bei mir kommt... Ah, ich bin drin. Oh. Oh, du bist ein schöner Einsiedler. Oh, du bist ein schöner Einsiedler. Schnarch. Oh, wird schon ganz schön warm hier. Ja, ähm. Leg dich hin, Opa! Ey, pennend. Scheiße, ich kann nicht schlafen. Ja, geh mal in mein Bett. Was ist da los? Oh, jetzt geht's. Cool. Gute Nacht. Ne, guten Abend. Gute Nacht. Ne, 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 ne. Ah, jetzt bin ich schon eingeschlafen. Ich krieg keine Luft mehr. Ich hab einen, äh, Baumstamm auf dem Rücken. Waffe ist ein Baumstamm. Ja, deine Waffe ist ein Baum. Ja, könnte auch ein Berg sein. Könnte auch ein Berg andersrum sein. Nein, nein, auf dem Boden sind so Kringel. Können trotzdem ein Berg sein. Hier ist langweilig. Ich will laufen. Boah, 14 Grad. Cool. Aber wir machen das Licht aus. Das kommt cool. Oh, kommt das. Dyskoooooo. Stroboskop. Oh, wird's schon hell. Ne, ein bisschen noch. Ich trammel dich tot. Oh, die Zeit geht trotzdem nicht so schnell vorbei. Leg dich nochmal hin, ob das dann noch schneller geht. Warte. Rechts oben steht die Zeit übrigens. Ich weiß nicht, ich kann die nicht tot trammeln. Jetzt komm. Schlafen. Kinder, Schlafenszeit. Die wollen aber nicht. Warte. Sandmännchen verpasst. Nein. Nee, geht genauso schnell. Hauptsache einer liegt. So, die Helligkeit reicht uns aus, würde ich sagen. Und ich will U. Oh nein, die volle. Hey, ah, 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 die Stadt ist im Nordosten. Wollen wir in der Stadt? Wir müssen erst mal... Ja, ja, und da, da gibt's genug Gegner. Ach, echt cool. Wir hab' ich schon rausgefunden. Und auf dem Weg werden wir noch mehr finden. Jetzt guck ich mal, was ich im Inventar hab. Ähm. Der Paschenlampe kannst du ausmachen. Ähm, so ein Stecken. Aber das ist, glaub' ich... Huiiii! Oh, Spindes! Das ist, das ist, das ist, das ist, der kämpft anders, ja. Der schießt. Uuuuh! Feuerball! Der vollwertige Einsiedler. Oh, ich fahre mal hin. Eine Höhle! Yeah, Herzchenblume. Wollen wir jetzt gar nichts trennen. Wir fangen mal den Weg. Geh an. Oh, ich hör' Wolfe, ich hör' Wölfe. Da drüben sind Leute, da drüben sind Leute. Oh, ich hör' Wölfe, so. Uh, 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 uh. Oh, Zwerge, Zwerge, liebe Zwerge. Die wollen euch töten, Zwerge. Wie der läuft für mich? Das war nur ein alter Magier. Ich bin tot, oh nein, ich bin tot, neiii! Oh, ich bin auch tot, aah. Wieso musste ich sterben? Ich war doch noch so, so jung und knackig. Ich bin auch gestorben. Ja, wir haben mal Loppen. So, ich habe null Platz. Ja, am letzten Nacht auch schon, als ich mal angezockt habe. Ey, was? Als ich mal angezockt habe, gaben dieses... Oh Gott, mein Hund jault. Ey, ich frage, pulsier ich eigentlich so, wenn ich spreche? Hey, ihr Zwerge, habt euch geheilt. Okay, weil in der Aufnahme klingt das wirklich so, finde ich. Oh Gott, nein! Ich muss mal Süppchen trinken. Oh Gott. Oh, schmeckt das lecker! Stopp, ihr Kinder! Alter! Wie viel XP hast du schon? Keine Ahnung, äh, 3! Oh ja, ich auch! Ich glaub mir gefällt der andere Start besser, mit dem kann ich schießen, naja. Ich glaub, die andere Person sah von vorne besser aus, ach egal. So. Ich Einsiedler! Wie ein Einsiedler, du bist hier der Aragorn. Oh, richtig. Was ist da hinten? Da ist das Storf und, oh, jetzt so ne Fliege. Oh, oh, scheiße, die Fliege ist übel. Das ist doch Fliege-Vario oder so, ey. Ne, ne, ich will das mal versuchen. Obwohl die rot ist, also das kann ich schon mal erklären. Rot heißt für dein Level zu schwer. Ja. Und blau ist für dein Level perfekt. Und das rote Balken unten heißt, dass der Agro ist. Und blaue Balken heißt, dass er auch schön friedlich ist. Aber du kannst ihn angreifen. Ich kann mir schon mal Kürbis. Bist du schon da oben? Nein, mich hat so ein Teil. Oh Gott, nein, das ist das... Nein, das hat Übel-Damage. Das hat Übel-Damage. Nein, nein! Ich liebe diesen scheiß Sau. Was ist da los? Oh Gott, es kann fliegen. Jetzt hab ich keinen Kürbis. Lass mir auch ein paar Kürbisse. Ey, warum krieg ich keinen Kürbis? You can't carry more of these items. Oh Mann, du! Du hast 50 Stück und dann kannst du nicht mehr tragen. Oh, das ist scheiße. Okay, dann gehen wir mal in ein Haus rein. Ein Inn? Was gibt's da drin? Da kann's spenden, da kann's spenden, da kann's spenden. Oh. Oh, ist nichts drin. Oh, ich hab's abgehängt. Ich hab's abgehängt. Ich bin der Bauer, der erntet. Oh, plötzlich Tag. Warum plötzlich Tag? Hey, da kann man ankommen, ist das Geräusch? Ja, das heißt, es ist irgendwie Level Up. Aber ich glaub... Nee. Ich glaub, weil du Tag gemacht hast. Hast du geschlafen? Ich hab irgendwas gedrückt bei dem Kerl da drin. Tag. Und dann kam auf einmal... Und dann war's wahrscheinlich Tag. Cool. Hast du auch gehört, das Geräusch? Ja, 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 ja. So, jetzt will ich ein Handelsbezirk. Ich will irgendwas haben. Oh, der ist auch Fluffy. Oh, den kann ich nicht angreifen. Oh, den kann ich nicht angreifen. Ja, hier drinnen im Dorf gibt's nicht was zu töten. Oh, dieses Dricks Tascht. So. Oh, das sind Leute. Oh, die sind alle friendly. Hallo. Oh, manno. Oh, äh, cool. Find ich auch cool. Oh, ja, ich find auch Ginseng. Ginseng ist ganz lecker. Ginseng, ja, Ginseng. I don't like hiking, I prefer riding, okay. Oh, Terrier, hallo. Ich will unbedingt einen Hasen haben. Unbedingt einen Hasen. Ja, mit der Hobblehäse. Aber er wird verwisert. Wo denn, wo? Boah, der hat mich gekillt mit einem Schlag. Boah. Ich weiß, die Teile sind übel. Oh, der, der Hund greift den an. Oh, ich bin voll am Arten. Ja, bin down. Danke. Collie, äh, Terrier, du bist so ein Kräuter. Kann ich leider nicht heilen. Oh, der hat den Stecken liegen lassen. Oh, ich hab hier einen Ork. Oh, der ist genauso gut wie meiner. Scheiße, der ist nett. Ne, der ist sogar schlechter. Favorite Food ist Ginseng Soup. 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 So, wo ist denn der Handelsbezirk? Ich will ja Waffen verkaufen. Aber wo bist du? Siehst mich auf der Minimap. Oh, da ist noch was. Ah, da vorne, ja. Ah, das sind die freundlichen Lizards. Oh, ich brauche mir die Karotten. Ich will ja so einen Hasen adoptieren. Ah. Was ist hier los? Dummy, hallo Dummy. Ja, kann ich den nicht nehmen? Kann man keinen nicht zerstören. Hi. Hallo Alexander. Kann ich keinen Dings nehmen? Cool, der beste Kletterer der Welt. Ich kann keine Karotten nehmen. Ah, scheiße. Aha. Ey, wo sind die Karotten? Welt hier. Nein, überhaupt geht das nicht. Ah, scheiße. Hallo, was gibt's hier so? Interessant. Ist der Name Rot? Komisch. Oh, ich habe den Shop gefunden für Waffen. Eine Katze. Wo bist du? Äh, Handelsdistrict. So. Wo ist das? Aber warum kann ich hier nix töten? Kann man nur nix besser. Gar nix special hier. Hm, hi. Okay. Grüß dich. Verkauf mir mal, was wir nicht wollen. So, das ist für mich 52, aber erst 21. Hm, 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 hm. Gut, okay. Das kann ich noch verkaufen. Nein, will ich nicht. Ich verkaufe meine Kürbisse. Oh, ich höre das Geld klingeln. Gut. Äh, Leute, hab ich hier mal was bekommen? Hä, willst du mich hier verarschen? Ich hab dir so 50... 50 Geld gegeben. Ich hatte vorhin 35, jetzt hab ich 15. Hey, der, 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 der will hier uns abzocken. Ja, ja, das ist du, Junge. Achtung nicht, mit der das du. Junge. Äh, warte mal. Junge. Auf einmal will er den Handel 21. Und zwei Silbermünzen. Was kann ich mit Silbermünzen kaufen? Was soll der Scheiß? Jetzt hab ich wieder ein paar Kürbisse gekauft. Äh, lol. Oh, ein Iris Schwer. Jetzt hab ich wieder 35, weil ich alle Pumpkins verkaufe. Den kann ich nicht nehmen. Da war ich ein Rogiu. Wär auch mal Schwert habe. Das kann ich mit Goldring, egal, lass mir mal drauf. Das kann ich mir kaufen. Ja, das kaufe ich. Was glaubst du? Oh, ich hab doch eine Münze. Hä? Oh ja, ich hab's gekauft. Nee. Doch, hab ich. Was? Ich hab ne Waffe gekauft. Die ich nicht verwenden kann. Oh Mann, ich muss erst mal aufsteigen im Rang. Verarsch mich. Ich hab mein Geld ausbekommen und nur Dreck dafür, komm. Du mal andern Shop. Hier ist noch ein anderer. Und halt die Fresse! Alter. Was ist hier los? Ist auch nicht übers Ohrhauen. Was? Was kann der? You can use better bombs. Aha, der macht hier Bomben, der kleine Terrorist. Langweilig. Komm, wir gehen irgendwas töten. Der will hier irgendwie nicht. Das ist irgendwie der Privatdetektiv hier. Guck mal, da ist ein Rorik. Oh, ich kaufe ein paar Gläser, Aaron. Oh ja. Wo gibts die? In dem Schrottladen. So, Bomben! Der verkauft auch Bomben, der Terrorist da. Ah, plötzlich hab ich mein Geld wieder. Interessant. Special. Oh, ich würd sagen, 20 würden reichen, ich bin so ein Hängegleiter. Der kostet so viel. So, gucken wir mal. Los, ich nehm mal 10 Gläser oder so. Bombe! So. Wo kann ich dir was verkaufen? Will ich nicht. Mann, ich kann den Gleiter nicht kaufen. So, wollen wir mal irgendeine Quest machen? Aber nein, ich will töten. Ich will aufleveln. Ja, das kannst du auch mit Quests. Echt? Hier ist noch Armorshop, Armorshop. Hab ich auch noch einen. Nicht rein. Ich hab's sowieso jetzt so wenig Geld, glaub ich. Sooo, das ist alles viel zu teuer. Nein, 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 das wollen wir nicht. Das hab ich denn so nicht... Was wird das hier? Überfall, Bandidos! Ich will zu der Quest laufen. Da hinten ist die Schwerper. Nee, das ist ein Endgegner. Diese Schwerter auf der Map. Dann gehen wir da hinten. Können wir ja schon mal in die Richtung rennen. Nein, das ist böse. Wir kommen. Da geht's am meisten Zeug zu finden. Ja, okay, ich renne die mal hinterher. Wenn wir was zu finden. Töten wir einfach irgendwann. Oh, was hier? Das sind Karotten, wenn ich die jetzt nicht aufnehmen kann. Das sind keine Karotten, das sind Ananas. Echt? Ach, scheiße. Wohin hab ich auch gedacht, das sind Karotten. Können nix mitnehmen. Was war das? Ah, ich hab mehr Leben als du. Oh no. Herzblume. Ich glaub, ich nehm auf. Der Gandalf, der... Gandalf des Südens bin ich. Ey, die Herzblume kann ich auch nicht nehmen. Das geht jetzt. Ich bin schon zu voll. Oh. Vielleicht ein Spielfehler. Keine Ahnung. Ist ja nur ne Alpha. Oh, ein Busch. Das ist ein... Das ist ein Gegner, mit dem ich... ...werde. Boah. Ach, Damage. Uh. Critical Hit. Ah, ich hab dich verloren. Also, ich kann aufnehmen. Richtig fröhlich. Oh, Ginseng. Ich kann nicht so weit verloren. Ich verliere dich. Insecksuppe... Kann ich damit machen. Ein Lager! Da kann ich gleich Suppe machen. Hey, Raphael, jetzt bleib mal stehen, Junge. Ja, ich... Ich mach erstmal... Ich reste in dem Lager hier. Und mach mir ein Süppchen. Muss ich auch machen. Obwohl, ne, ich hab noch nichts. Ach, scheiße. Ich mach mir zwei Süppchen. Hab ich nichts. Jetzt kann ich wieder aufnehmen. Ach, in den Vorf kann man wahrscheinlich nichts aufnehmen. Äh, was das? Ach, in den Vorf kann man wahrscheinlich nichts aufnehmen. So, dann lässt es mal einen Bug oder so. Was ist das? Oder dieses mal einen Bug. Ein Vorf! Töten, töten! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, Wert Leben. Jawohl. Ich hab die Münze. Ich auch. 20 Copper. Was hier los? Wieso kann ich keinen Trank machen? Ich hab doch Gläser gekauft. Nein, ich hab die falschen gekauft. Kann das sein? Nö. Ich kann mir... Worn Iron Chest Armor... Nee, doch nicht. Ja, was da los? Ich hab doch... Ich hab doch... Bist du mich ja verarschen. Ich muss erst Wasser reinfüllen. Was? Ja, geh mal einen Teich. Ich glaub, da kann man irgendwie Wasser reinfüllen. Oh, freundliche Beatments. Nee, wie kann man eine Wasserflasche herstellen? Oh, echt? Oh Gott, die sehen böse aus. Nee, doch nicht, oder? Da steht Recarious Water. Ja, also, wir müssen Wasser finden. Oh Mann, ey. Kann man Wasser mitnehmen? Nein, das sind diese Ameisenbeeren. Nee, das sind irgendwie Käfer oder so. Wie heißt das da? Ja, Beetle. Snout Beetle. Oh, hallo ihr Elfen. Ihr Elfen des Waldes. Ah, hilf mir! Das hat nie verschwarten, ey. Boah, die zieh ich was runter. Uh, jede Menge Holz. Hehehe. Mein Süppchen trinken und mein Heildrang. Ey, ich hab'n Dusty Iron Longsword gekriegt. Cool. Äh, ist das besser als deins? Ich, ich, äh, hab's grad nur gelesen. Ich guck' nachher noch. Ich kann mal ne Pause machen. Meins, meins! Meins, meins! Hehehe. Nee, ich hab's auch genommen. Steht bei dir links unten, ähm, Cotton Capsule. Ja, zweimal. Ja, ich hab's auch bekommen. Warum hast du's gekriegt? Weil's Geräusch kam. Nee, bei mir steht's links dran. So, da hab ich jetzt nichts bekommen. Oh, Katze. Hallo, Katze. Ich will doch nur mit dir Feuerspielchen spielen. Ich hab' gezündet. Oh, drei XP! Wie viel hast du insgesamt? Acht. Ah, ich hab' zehn. Ah. Äh, eine Hase. Ein Bonnie. Keine XP! Wie bin ich? So, äh, warte, wo ist das? Sind wir schon da? Nö. Alter, was bist du für'n Einsiedler? Ich bin der Gandalf. Wie ist? Gandalf hat ne hellere Haut. Ich bin der, äh, Ameri- der Afroamerikanische Gandalf. Ich bin ja kein Rassistisch. Wie hast du das, was ist das für'n See? Erklären kann man Steuerung, Aaron. Bin ich grad geklettert oder was? Nein. Ich hab' irgendwas Böses gehört. Mensch, dass man im Gast Kwetter genug entklettert. Ich hab' Angst. Oh nein! Ah! Ich hab' irgendwas Böses gehört. Was heißt Samina überhaupt? Hehehehehe. 構ощ-entyp��를 m scholarships wurden. So halt! Lernlicht aus! Oh Hexen! Freundliche Hexen!